moin leute what's get up und hallöchen zu gruffer test hier richtig 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 also gleich am anfang ich entschuldige mich wieder richtig hart bei euch mein mikrofon war dann wieder nicht hier unten ich bin so ein noob also ich entschuldige mich bei euch weil die ganzen letzten tage kein video gekommen ist also die ganze letzte woche aber wie ihr hört bin ich auch bisschen heißer ich weiß nicht ob ihr es hört aber auf alle fälle bin ich bisschen heißer und ja was gibt es nur noch zu sagen auf alle fälle war ich sagen jetzt als kleine ausrede wie die ganze letzte woche arbeiten ja ich verschnuppern also sagt man das so ich habe mir eine ich war mir einen job ansehen sagen wir so das hört sich gut an okay ich habe keine ahnung mal wieder okay eigentlich könnte ich auch schnell einfach hier sehen hier sehen sehr gut gedeutscht okay also das wird heute nur ein 15 minuten part alleine wegen meiner stimme die so im arsch ist und weil ich für heute noch eine folge braucht und wenn ich ehrlich bin ich hatte auch keinen bock irgendwas aufzunehmen die letzten tage einfach nur mein gott meine stimme hat sich gerade leicht hoch an kommt mir so vor ist denn ich so als wie als wäre sie schon immer hoch gewesen weil ich noch erst 14 bin und so ja und habt ihr schon die advent kalender adventskalender folgen gesehen sind auch wieder toll heute was also heute ist es mit Terraria richtig cool also ich finde es cool ich mag Terraria ähm ich habe Borderlands ja genau Borderlands das heißt weil es sich manchmal ein bisschen mit der Störung durcheinander komme tut es mir nicht dann ich habe direkt auf vier Stunden gespielt Insta auf ähm Level ja ist 12 ja also muss ich hier hin auch mein gott ich habe gerade echt bisschen Halsweh ach das sind krass lang hier ja ja dann werde ich jetzt wirklich nicht zu lange aufnehmen sonst bin ich einfach tot gehört ich werde ich ich werde ich habe mich jetzt gerade für euch richtig abgefuckt und so abgefuckt und verjungen nein ich gehöre mich für euch abgefuckt und so an das ist jetzt richtig gleutscht ja es ist eine bessere Hose das ist eine bessere das ist eine bessere Hose Level 17 ich bin 18 nice achja ok 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 bloß easy gut und kronbestien ja da hätte ich gesagt tötet mir gleich die großen oder das ist nämlich egal welchen wir töten ob wir die töten ob wir oder ob wir irgendwelche anderen mafuckers töten es eigentlich egal ja ich entschuldige mich wie immer ich weiß es nicht ob es immer noch raus bei mir aber wenn es immer noch raus stelle die setzte man ein mikro ich habe es herausgefunden mein computer ist echt leise ja dann werde ich mir bald ein neues besorgen das kann ich euch schon mal im voraus sagen versprechen und ich brauche krallen sehr gut das geht nicht ich muss wirklich normale klumpen bestieren oh ist das dumm ich beschwere mich mal lieber nicht ja ich habe leider kein thema obwohl es ist jetzt dann bald weihnachten ich weiß nicht was wir zu weihnachten machen werden aber auf alle fälle werden wir etwas machen und ich weiß es selbst noch nicht und wahrscheinlich weiß dass wir auch noch nicht dass wir überhaupt etwas machen werden das ist eine spontane behauptung nicht er hat mir gerade nicht ein okay wo ich gleich ein bisschen krank so ist leicht suboptimal ja egal ich hoffe wir kommen bisschen weiter und ja und verschlampt oder ich verschlampt nicht meine ganze zeit dann das würde ich sehr suboptimal finden der war mal fahrt da war es nicht tot jetzt bist du tot sprich mir den ganzen spaß was getan werden muss muss getan werden ok heute in der frühe ich finde bessere stimme es ist ein bisschen abgefragt wird als bisschen leise oh mein gott ich habe keine musik keine musik das mache ich jetzt schnell ich werde geschaffen und optionen mach ich einfach die musik an es ist auch egal ich denke ich denke auch dass ich enden ist nicht mehr ähm wie heißt es mein äh alttümlichen standard dubstep benutzen werde denn ich habe nicht die rechte für diesen dubstep und das ist leicht so optimal denn wenn ich nicht die rechte für diesen dubstep habe dann und er erwischt mich sozusagen oder oh mein gott da ist irgendwie eine mücke oder so ich bekomme fast keine luft mehr hässlich aber egal ich bin gerade richtig im arsch so vom körper vom hals der ist echt richtig geputzt so richtig im arsch so richtig stehst du ein bisschen wasser tut gut so ein bisschen halt weil ich muss jetzt auch ein bisschen tiefer reden das heißt dass ich habe mich ein bisschen glaube ich rauern oder so denn wenn ich hochreden würde hätte ich überhaupt keine stimme mehr und ihr würdet mich gar nicht mehr hören aber die stadtmusik finde ich toll die ist cool die ist richtig chillig so okay chill my life bitch oh scheiße oh fuck das habe ich jetzt vergessen ich muss dann auch meine hausaufgaben machen und es ist gerade wieviel uhr 22 uhr 36 das heißt es ist sechs nach halb elf ne ich muss doch englisch machen ich habe überhaupt keinen bock drauf ich gehe zuerst zu dem motherfucker das ist ein motherfucker egal schaffen wir das schaffen ich nicht also ich denke 15 minuten für heute und wahrscheinlich für ähm was was für ein tag ist oder dienstag oder genau dienstag das heißt ähm ja ok das heißt Donnerstag ich weiß nicht wenn es mir Donnerstag schon wieder besser geht dann kommt äh hier wieder eine 20 minuten Folge und wenn ich auch wirklich Bock drauf habe es kann ja auch sein dass ich einfach keinen bock drauf habe es ist alles möglich aber ich hoffe ich habe wieder bock denn ich weiß nicht irgendwie ich habe einfach nicht mehr so wirklich bock zum aufnehmen das Spiel ist cool das muss ich wirklich so sagen es ist nur zu empfehlen aber aufnehmen ich weiß nicht ich ich habe in letzter Zeit echt nicht mehr ganz so viel Bock aber ich mache es ich mache es nur für euch ich ich nehme euch nicht wenn du keinen Bock drauf hast damit das Gameplay und alles nur scheiße ich weiß das ist mir egal ok soll es mir nicht egal sein fällt mir gerade mal so auf aber egal ich schaff das ich tue das alles nur für euch ich tue das alles nur für euch für dein aktuelles Level gibt es keine Schlachtfeld gibt es keine Schlachtfeld jonge sehr gut das gedeutscht und falls jetzt denkt ja du siehst du voll bestimmt dener wegen dem jonge das stimmt nicht ich hasse dener wenn er nicht ehrlich bin dener ist scheiße ja macht Spaß dener ist ein kleiner mafucker und ich habe erstmal bisschen Werbung für den Kanal von dener gemacht also Kanäle die ich euch empfehlen kann sind ähm tattl als let's play tattl lp tattl lp keine ahnung wie er da heißt auf dem Kanal das ist äh den ich euch empfehle äh was gibt es denn da noch ähm was sehe ich denn viel jump, let's play und zambay die sind natürlich noch ähm und meinen Favoriten äh Simon ist auch cool ist umgespielt ähm boah da muss ich jetzt denken ich habe nicht so viele Menschen in meiner Abo-Box ihr könnt doch äh äh ich weiß nicht ich werde euch ich denke ich werde euch von jedem dubst jedem der dubstep macht den den ich abonniert habe in äh die Beschreibung packen dann könnt ihr mal sehen wie viele Menschen ich äh abonniert habe die Musik machen und das ist das ist nämlich nicht wenig ja ähm okay wir reiten anscheinend durch durch die durch das Goblin Lager aber das ist egal oh fuck ich kann nicht mehr so viel reden ist das schlimm wir haben noch vier drei äh äh okay wartet warte 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 mit 13 minuten nach ich hoffe jetzt zeigt mir das und das mit der Stimme so scheiße ist und alles einfach die letzten ganzen Tage es tut mir auch mega leid einfach ich will nicht bin ich 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 bin stark ich hoffe weil wir liebe Zeit mehr und Zeit mir nicht zu böse dafür aber ich muss wieder ein bisschen tiefer reden dann wieder ein bisschen tiefer ähm und äh ihr könnt doch bestimmt wichteln ich denke das kennt ihr also zwar nicht jedem ein Geschenk machen in einer Klasse das machen wir nämlich gerade und ich schenke einem Freund ich bin gerade in der vierten Hauptschule falls es euch interessiert ich schenke einem Freund und äh Kondome und am letzten Tag schenke ich ihm vor der Lehrerin vor den Augen der Lehrerin einfach also die letzte Seite äh einfach mal ein Playboy Heft mit einer Packung Kondome und bisschen was Süßem haha das wird mega lustig ich freue mich schon echt darauf was die Lehrerin dazu sagt ich bin mir nicht sicher ob sich ein Playboy Heft ziehen wird aber ich kann es mir ein Problem überlegen vielleicht könnt ähm ihr mir eure Ideen dieses Mal wirklich in die verfuckten Kommentare schreiben damit ich endlich einmal oder Themen oder was auch immer like würde mich wie immer freuen erkennt euch aus und wir sind gleich schon bei 15 Minuten das heißt ich gebe jetzt noch die Quest ab dann wird der Part auch schon beendet das ist wirklich gleich bedauernswert aber Leute mir geht das in letzter Zeit echt nicht so gut dem echt leid Leute und äh ja was gibt es dazu zu sagen eigentlich gar nichts mehr ok Kürtipsing ja das können wir dann in der nächsten Folge machen dann sage ich mal tschüss Leute bis zum nächsten Mal und wir sehen uns und wie immer nicht vergessen Beschreibung gucken Links anklicken abonnieren wenn es sein muss Daumen nach oben uns abonnieren und Kommentare Leute ihr wisst es Kommentare und sage ich tschüss Leute äh lebt wohl bis zur nächsten Folge oder so oder bis zur nächsten Aufnahme wo ich auch wieder dabei bin und mich würde es freuen wenn ihr mal wirklich konstruktive oder fruchtbare oh fake von Tunnel ähm ähm äh äh okay auf jeden Fall tschüss Leute bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal